Willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kaijuwadru. Diesmal habe ich Operation Loco Craziness für euch. Die Karte erinnert mich extrem an die Metro-Mappe aus Battlefield 3 und dies weil sie sich wie früher Metro durch die schmale Gänge auszeichnet. Ich habe die Gelegenheit genutzt um Zubehör für die Farmas freizuschalten. Mittwoch der Partie sind Helga und Terragirl. Viel Spass! 50 Kallen, der draussen nicht mehr schaut. Oben hat es. 5, 4, 5. 7, 5. هو gut Also viel zu viel.... Das ist wirklich ein Wettbewerb? Das ist wirklich ein Wettbewerb. Oh, zipps, ich bin da draufgegangen. Kann ich da mal rauslaufen? Oh, kein Mund. Oh, fuck. Man kann kratzen. Das war ein Kratzen. Wow, fuck. Ja, aber nicht einer ist. Fuck, fuck, fuck. Geh, doch immer zwei. Ich sehe nichts. Wir sind immer noch. Wo sind wir mit dem Paket? Scheiss, Landis, Mann. Ja, nein, ich darf nicht helfen. Entschuldigung. Ja, gut. Dankeschön. Ach, ja. Wo bin ich? Da muss ich drüber schauen. Oh, da hinten. Ja, das ist doch ein Scheissdreck. Ich muss vielleicht backreiten. Ich muss nachher ausprobieren. Ja, da hinten bin ich ein Zehn. Ist gut. Unde dauert hier fünf Stück. Bombe, Bombe, Bombe Du, das wollte ich, ja, genau, dann sechs bei einem, aber... Und jetzt... Hehehe... Ah, knurkt in vorne, ich will nicht sehen... Dachs, mit dir zu... Oh, das war mir schon so. 10! 10! 5! 1! 2! 4! 4! Wo bin ich? Wo bin ich? F***, ich hab's geholfen. F***. Ah ja, ok Gut, dann gehen wir mal raus da Da ist einer da hinten Die Demokrins Was ist der? Sieh oben, ist doch schön, ne? Oh, fuck Ah, fast Ah, noch mehr Oh nein, 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 nein Get out Äh, ganz die Mannschaft, du musst dir Schirm auf den Felgen, in your town Get out nine Fuck, cock it Ouh, shit Ok We're off, we're off, we're off, you're off We're off, we're off, we're off We're off, we're off, we're off, we're off Leer in der Zeit. ... ... ohne sind zuhörer, ah mal ohne sind zuhörer, ohne Leute... Mann, lass mal dürgen. Ich werde dich drüße Ich werde dich nicht mehr überholen 0333 Das ist ganz ewig. Das ist ein admin für euch. Nach ziemlich genau einer Stunde hat vermutlich die Zeitlimit. Dann hätte das Spiel beendet, weil das Match ansonsten voraussichtlich noch viel länger gedauert hätte. Vielen Dank fürs Vorbeischauen und bis bald!